Danke, Lutz. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten. Siggi! 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 Danke, Ines. Freunde, ich bin so sauer. Hallo Dresden, hallo Sachsen. Hallo! Ich habe heute nur ein Thema. Ich habe mal wieder was zu einem besonderen Schätzchen zu sagen. Zu einem wahren Blitzmerker. Zu unserem Ministerpräsidenten Tillich. Dieser hatte ja, dieser teilte jetzt vor kurzem in einem Interview mit dem sächsischen Stürmer, äh, sächsische Zeitung, Entschuldigung, kürzlich ja mal so richtig aus. Er meinte, Sachsen werde durch eine böse und hetzende Minderheit heruntergezogen und in ein Licht gerückt, das dieses Land nicht verdient hat. Nun, Herr Tillich, bravo! Endlich haben Sie es erkannt und es den meinungsbildenden Massenmedien mit ihrer Berichterstattung über Dresden und Sachsen mal so richtig gezeigt. Wir sind ehrlich gesagt sehr überrascht. Oh, ich bekomme gerade aufs Ohr geflüstert. Unser Ministerpräsident meinte natürlich uns, die Gegner des Politikversagens und des Staatsversagens auf der Straße. Als Gegenmaßnahme gegen uns forderte er, die Bürger sollen aktiv gegen den Nachbarn oder Kollegen vorgehen, wenn sie merken würden, dass der Kollege oder der Nachbar mit seinen Ansichten auf die schiefe Bahn gerät. Mit anderen Wuppen, Herr Tillich hätte also gern Horsch und Guck zurück. Wenn der Nachbarn, die Nachbarn und der Kollege die Kollegen denunziert, der Beruf des Blockwartes soll wieder eine Renaissance erleben. Herr Tillich, die Zeiten, wo sich die Bürger von solcher hart unverhollenen Drohungen davon abhalten lassen, ihre Meinung zu sagen, die sind vorbei, ein für allemal. Selbst Sie, Wendehals, durften das mittlerweile anfangen zu begreifen. Ein paar Tage später, vermutlich war es ihm einfach langweilig oder einfach zu dämlich, mit Herrn Dusselich die Weltherrschaft zu planen. Im Übrigen, Herr Tillich, das kann nur klappen, wenn mindestens ein Brain dabei ist. Mit zwei Pinkies wird das nichts. Gab er ein Interview in der Zeitung Welt. Dort forderte er doch tatsächlich, Achtung, Gesetzestreue von der deutschen Politik, um unzufriedene Bürger umzustimmen. Nein, doch, oh! Ja, was denn sonst, Herr Ministerpräsident? Genau deswegen sind Gesetze da. Aber genau hinhören, genau wie die anderen Dampfblaberer, Seehofer, Scheuer und Konsorten, fordert der Herr Tillich etwas von der Politik. Herr Tillich, ich sage Ihnen jetzt mal was im Vertrauen. Der Fahrer, der Sie jeden Morgen abholt, bringt Sie in ein Büro. Und jetzt halten Sie sich fest, Sie sind ein Politiker. Sie sind die Politik, von der Sie selber etwas fordern. Ohne Quatsch. Fragen Sie mal Ihre Sekretärin, die kennt sich sicher damit aus. Jetzt wissen Sie erst mal, warum Sie überall zum Pätschenessen eingeladen werden, ab und zu mal eine eigene Party schmeißen dürfen. Aber jetzt kommt für Sie noch was Überraschendes. Sie werden es kaum glauben. Falls Sie es irgendwie verpasst haben, es an Ihnen vorbeigegangen ist. Sie waren vom 1. November 2015 bis vor kurzem, bis zum 31. Oktober 2016, der 70. Präsident des Bundesrates. Damit begleiteten Sie genau ein Jahr lang das protokollarisch vierthöchste Staatsamt in Deutschland. Tja, Herr Tillich, hätten Sie das mal eher gewusst, dann müssten Sie jetzt nicht fordern, sondern Sie hätten handeln können. Gelegenheit verpasst, eine weitere werden Sie vom Wähler nicht bekommen. Herr Tillich, spätestens im Jahre 2019 sind Sie Geschichte. Und dann haben wir Macher im Parlament, die von vornherein wissen, was ihre Aufgabe ist, nämlich zu handeln. Weiter führte Herr Tillich aus, es reiche ja nicht mehr zu, dass man Politik erklärt, sondern der Bürger will, dass die geschlossenen Gesetze eingehalten und umgesetzt werden. Was für ein rechtsextremer Nazi-Populist, Herr Tillich, denn nichts anderes fordern wir auch. Er hat also jetzt bemerkt, nach 29 Jahren politischer Betätigung, im Jahre 1987 gerade in die Blockflöten-Partei CDU in der DDR ein. Also nicht die aktuelle Blockflöten-Vereinigung. Er hat jetzt wirklich gemerkt, dass Gesetze umgesetzt werden sollen. Was für eine Erkenntnis. Das kannst du dir nicht ausdenken. Freunde, es kommt aber noch besser. Der Langsamdenker warnt vor einer unzufriedenen Minderheit in Deutschland, die aber größer werde. Sie wäre schon so groß, dass man sie nicht mehr ignorieren kann. Nicht nur in den sozialen Netzwerken seien mit dieser Gruppe Dämme gebrochen und es würden Dinge gesagt, die früher unterlassen worden wären. Jawohl, Herr Tillich, und genau so soll es sein. Freie Meinungsäußerung für freie Bürger. Kein Wunder. Kein Wunder, dass Ihnen das gegen den Strich geht. Da haben die marxistisch-leninistischen Kaderschulungen in ihrer Vergangenheit ja tatsächlich einen Anker gesetzt, der bis heute hält. Aber es geht noch weiter. Der Schlaufuchs geht noch einen Schritt weiter. Als Beispiel für seine Forderung der Einhaltung der Gesetze nannte Tillich ausgerechnet die Flüchtlingspolitik. Wenn die Politik sehe, dass die Schengen-Regelung nicht funktioniere, dann müssen wir dies offen aussprechen und darüber diskutieren, wie man die Grenzen anders sichert. Er hat Grenzen sichern gesagt. Ist das ORZ schon informiert? Weiter meinte er, wenn die Griechen ihre Grenzen nicht schützen, dann über den Frontex und wenn Frontex mehr Personal braucht, beschließt der Europäische Rat mehr Personal zu stellen, bis fließt sich der Chef der Bundespolizei sagen, er hat nicht genügend Personal dafür. Und das war's dann. Dann warnte er erneut, das geht so nicht mehr weiter, wenn wir den Politikverdruß Einhalt gebieten wollen. Freunde, ich frage mich, wie Sie diesem Herrn das Kugelgelenk in den Wendehals eingebaut haben. Herr Tillich, Sie sind peinlich. Sie führen jetzt schon einen Wahlkampf, der nur auf Lüge und der bewussten Täuschung der Bevölkerung ausgerichtet ist. Schämen Sie sich! Jawohl! Der Weltabendienstabe, die CDU und die SPD sind Indik! Volksverräter! 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 Dieizerści und ihresgleichen verobden die Gründe für den Widerstand gegen ihre volksveräubliche Politik im Abgehängtsein von Teilen der Bevölkerung. Es wird von Modernisierungsverlierern gesprochen. Wenn es eine Modernisierung ist, dass einer hasserfüllten Ideologie die Tore Europas und Deutschlands geöffnet werden, wenn es modern ist, dass Frauen zu sexuellem Freiwillen werden, wenn es modern ist, dass man auf den Straßen angetanzt und entreichert, verletzt und getötet wird, dann wollen wir diese Modernisierung nicht. Dann reicht ein gesunder Menschenverstand, um Recht von Unrecht zu unterscheiden. Merkt euch das, ihr Politik-Schmarazzer. Es reicht uns, es ist uns bunt genug. Widerstand! 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 Über Erika. Bevor unsere liebe Führerin, die einzigartige Generalissima, die eine perfekte Verkörperung des Erscheinungsbildes ist, die eine Führerin haben muss, gestern ihren erneuten Amtsangtritt als große Sonne der Nation verkündete, warnte sie der Lenk des Sternen des 21. Jahrhunderts vor schwierigen Zeiten, vor denen Deutschland stehe. Sie hätte auch sagen können, liebe Mitbürger, ich habe unsere Türen verscherbelt und die Fenster aus dem Rahmen geschlagen. Richten Sie sich bitte darauf ein, es könnte etwas zugig werden. Und ja, Erika, es wird zugig. Denn, Freunde, wir stehen vor wirklich harten zehn Monaten. Die kommen mit Protest, Aufklärung und Wahlkampf. Wir stehen vor dem Verteilen von Millionen Stück Informationsmaterial. Vor der Mammutaufgabe, wie es Lutz schon sagte, vor allem die bisherigen Nichtfehler, die sich zurückgezogen haben, zu aktivieren. Jeder von uns wird gefragt sein. Und wir werden unser Möglichstes tun. Wir hoffen, ihr auch. Danke Dresden! Danke Dresden! Danke Dresden! Danke Dresden!